Ich bin André Wüst und ich führe Regie bei der Theatergruppe «Hufficken und Buchs». Ja, das ist ja so. Wir führen ja in der Theatergruppe nächste Woche unsere Premiere auf, und zwar vom Stöck «Rent a Family». Das ist ein Schwank und ja, wir haben garantiert Lacher den ganzen Abend. Gute Frage. Ich habe das Glück, dass ich neun sehr motivierte Schauspielerinnen und Schauspieler haben dürfen in dieser Produktion. Ich glaube aber, die grösste Challenge ist, weil das Stück so lustig ist, dass sie auf der Bühne nicht selber aufeinander oder abeinander lachen. Das wird, ich glaube, die grösste Challenge für unsere Spieler sein. Einerseits ein Stück selber, weil es einfach wirklich mega lustig ist. Ich habe cool gefunden, wie sie meine Ideen umgesetzt haben, selber Ideen reingebracht haben. Und ich muss selber jetzt in der Endprobe einfach extrem noch lachen. Ja, es ruht mich manchmal fast vom Stuhl, und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Ja. 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 Vielen Dank.